Das organisierte Verbrechen versucht in ihrer Stadt Fuß zu fassen. Sie müssen die Lage unter Kontrolle bekommen. Verhaften Sie alle Schwerverbrecher und versorgen Sie sämtliche Opfer und transportieren Sie sie ab. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Löschen Sie das Feuer? Ach, hier ist es so aus. Na gut. Ein bisschen was zur Entspannung. Ein bisschen was zur Entspannung jetzt. Fahrzeug 1 hört. Nur unterwegs. Ein bisschen was zur Entspannung wieder. Weil ehrlich gesagt, das hat mich ja schon ziemlich genervt jetzt. Da werde ich wahrscheinlich irgendwie so jetzt, damit die Folgen halt nicht Überlingen haben oder für mal jetzt nicht übermäßig viele Folgen rausproduzieren werde, werde ich das wahrscheinlich irgendwie zusammenschneiden. So. In dem letzten Versuch war es... Achtung. Es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Okay. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Okay. Fahrzeug steht zur Verfügung. Und hier ist ein RTV. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 2 hört. Den Täter nehmen wir jetzt so fest. Bin unterwegs. Na also, wie gesagt, da werde ich definitiv ein bisschen was zusammenschneiden oder so. Schon unterwegs. Weil ich will euch jetzt nicht noch länger damit quälen, weil ehrlich gesagt, das hat mich persönlich jetzt auch schon sehr, sehr genervt. Das muss ja nicht sein. So. Die Polizei ist auch da. Schon unterwegs. So. Festnehmen. Schieß ruhig auf... Schieß ruhig auf mein Auto. Mach ruhig. Fahrzeug 3 hört. Was gibt's? Wird gemacht. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Okay. Fahrzeug 1 hört. Gut. Was? Am Flughafen? Ernsthaft? Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Wo ist der Brand? Auf dem Weg. Dann schicken wir euch mal da runter. Was gibt's? Okay. Ist in Arbeit. So. Oh. Was? Was gibt's? Was gibt's? Ich bin unterwegs. Komm. Einsteigen. Fahrzeug 2 auf der Weg. Und ab's. Nach dem Hauptquartier. Was gibt's? Ich bin unterwegs. Was gibt's? Ich bin unterwegs. Einsteigen bitte. Mhm. Fahrzeug 3 hört. Schon unterwegs. Dann gucken wir uns gleich mal die Hauptmissionen an. Ja toll. Fahrzeug 1 hört. Wird umgehend durchgeführt. Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. Okay. 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 So. Okay. Das heißt, das Haus wird da gelöscht. So. Okay. Okay. Die Einsatzfahrzeuge schicken wir auch gleich hier mit runter. Was doofe ist einfach hier. Hier siehst du teilweise nichts. Ich glaube ich schicke hier noch ein paar Fahrzeuge mehr raus. Weil ich denke mal besser ist das. Fahrzeug 6 hört. So. Wird umgehend durchgeführt. Mhm. So. Alle vier auswählen. Verstanden. Gut. Und dann gucken wir jetzt mal weiter, was als nächstes hier passiert auf der Map. Bevor wir dann Spaß, bevor wir dann wirklich Spaß haben. Äh. Mit Deadpool. Ne? Ehrlich gesagt, da freue ich mich ja schon, da freue ich mich ja jetzt schon wirklich drauf, dass wir jetzt endlich mit Deadpool anfangen. Weil ehrlich gesagt, da... Teilweise kam ich mir doch ein bisschen, äh, verarscht vor. Fahrzeug 7 hört. Oh, du kannst schon mal da wieder anfangen. Und hier brauchen wir ein RTW. Fahrzeug steht zur Verfügung. So. Fahrzeug 10 hört. Die durchgeführt. Du fängst hier schon mal an zu löschen, bitte? Fahrzeug 6 steigert. Losch doch da doch erstmal weiter, hm? Oh. Holen wir einen Löscher bitte? Ich denke mal, da wird jetzt hier drinnen gleich losgehen und da wird auch hier drinnen gleich was abgehen. So. Ist der RTW da? Ja. Fahrzeug 11 hört. Mitnehmen. Und hoffen wir, dass die Lagerhalle jetzt eigentlich relativ schnell weg ist. Und dann fangen wir da jetzt weiter an zu löschen. Ja, aber wie ich gerade schon gesagt habe, also ich werde inzwischen die Hauptmissionen werde ich definitiv schneiden, auf etwas längere Folgen, wahrscheinlich so eine halbe Stunde, drei, vier Stunden oder was, mit da jetzt nicht so viele Folgen draußen stehen. Und die letzte Folge wird halt die erfolgreiche Bekämpfung des Feuers sein. Ich denke mal, das sieht man, das wird man mir dann auch nachsehen, dass wir das dann so machen. Fahrzeug 6, hör, sind wir da nicht löschen? Fahrzeug 4, hör, 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 auf die Weg. Fahrzeug 4, hör, 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 hör. So, da ist noch ein Feuer, das muss doch gelöscht werden. Dann können alle Fahrzeuge mit runter zu dem Flughafen. Weil ehrlich gesagt, sonst kriegen wir das nicht hin. So, sonst werden wir das nicht hinbekommen. Dann können wir aber schon mal die Abschleppner rufen. Um halt die Fahrzeuge abzutransportieren, weil ich denke mal, das wird jetzt auch noch was passieren. Dass das halt auch noch zu unserem Aufgabengebiet gehört. Fahrzeug 4, hör, wird umgehend durchgefühlt. Fahrzeug 5, hör, wird umgehend durchgefühlt. Fahrzeug 6, hör, wird umgehend durchgefühlt. Wichtig ist, dass hier das Flugzeug nicht anfängt zu fackeln. Das ist jetzt erstmal eigentlich das Wichtigste daran, dass das Flugzeug nicht anfängt zu fackeln. Achtung, es wurde ein Gewandverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Was? Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie ihn ab. Yay! Ernst, ist das jetzt dein Scheißernst? Auf meinen Wagen zu schießen? Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Und ich brauche noch einen RTW. Okay. Gut. Fahrzeug 8, hör, wie? Fahrzeug 10, hör. Ey! Fahrzeug 13, hör. Fahrzeug 13, hör, wird umgehend durchgefühlt. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Fahrzeug 1, hör, wird umgehend durchgefühlt. Okay. Äh, da. Wenn du schon hier bist, dann kannst du den auch mehr eben löschen, ne? Fahrzeug 12, hör, wird umgehend durchgefühlt. Fahrzeug 13, hör, wird umgehend durchgefühlt. Super. Fahrzeug 15, hör, Fahrzeug 9, hör, wie? Ja. Roger. So. Fahrzeug 16, hör, Fahrzeug 15, hör. Fahrzeug 8, hör, wird unterwegs. Hör, wird unterwegs. So, komm, einsteigen. Fahrzeug 17, hör, auf die Weg. Brandausbruch durch fahrlässigen Umgang mit brennbarem Material. Löschen Sie alle Brände. Ist das jetzt dein Ernst? Fahrzeug 1, hört. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 9, hört. Schon unterwegs. Fahrzeug 5, hört. Verstanden. Habe ich hier noch eine Person? Fahrzeug 16, hör, mal unterwegs. Was gibt es, wir sind ausgeführt. So. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 8, hör. Cool. Brandserausbruch, Ursache nicht bekannt. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Löschen Sie das Feuer. Fahrzeug 5, hört. So, äh. Okay, wo? Renderturnier. Äh. Hä? Was? Ach so. Ja dann. So. Ich denke mal, die Nummer ist gelaufen. Erfolgreich. So. Fahrzeug 9, hört. So. Fahrzeug 1, hör und geht durchgeführt. Ist das das Feuer noch? Gut. Das Haus ist gelöscht. Und damit ist dieser Einsatz eigentlich auch abgeschlossen, ne? Wollen wir mal gucken, was das Spiel als nächstes für uns bereit hat. Ne? Was denn jetzt da brennt? So. Bestanden. Mhm. Achtung. Es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Mhm. Oh, okay. Machen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Mhm. Jo, machen wir. Fahrzeug steht zur Verfügung. So. Und da ist auch noch eine verletzte Person. Das heißt, wir schicken hier auch direkt ein RTW hin. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug 19, hört. So. Und warum gehst du auf Team? Bist du lebensmüde, Junge? So lebensmüde? Hm? Schon unterwegs. So. Okay. Wenigstens regnet es. Hm? Wenigstens etwas gut ist, dass es regnet. Auf dem Weg. Polizeiwagen. 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 Komm, ich höre ihn schon. So. Herzelein. Nicht auf mich schießen. Das macht mich traurig. Fahrzeug 20, hört. So was macht mich traurig. Dass du auf mich, meins auf mich schießen zu müssen. Was macht mich wirklich traurig? So. Ab zum Hauptquartier. Oh. Person ist stabil. Kann aufgenommen werden. Was geht mit umgehen. Rein ins Auto. Fahrzeug 21,uin. Und ab zum Hauptquartier. So. Wahrscheinlich muss ich hier noch mal ein Schlepper hinschicken. Fahrzeug 21,3,4,4. Fahrzeug 20,3,4,4,4,4,4,4,5,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,6,5,6,5,5,6,0. So, noch ein Schwerverbrecher festnehmen und abtransportieren und alle Opfer versorgen und abtransportieren. Gut. Fahrzeug 5, Füße. Fahrzeug 9, Füße. Da. Mhm. Damit ist das der Brand jetzt eigentlich auch unter Kontrolle. Ich habe da was für Sie. Ein neuer Einsatz. Sehr dringend. Schauen Sie auf die Landkarte und klicken Sie dort auf das markierte Einsatzgebiet, um den Einsatz zu starten. Mhm. Ich habe da was für Sie. Das hört sich nicht sehr begeistert an. Äh... Sei das ja.